ARD Text im Auftrag von Funk Macht der Typ das immer so oder was? Ja, der ist immer so behindert. Deswegen ist er also geil. BAM, Junge! Also behindert zu sein ist geil, was? Ja, übel. Geht los! Ja. Wahrscheinlich! Du hast keinen Clan-Tag. Das sieht scheiße aus. Ja, aber kein Stoß hier. Das ist ein Schmarnis des. Nix gestunnt. Vorne B auch nicht. Ja, mit B auch nicht. Hä? Hast du mich gerade angeschossen oder was? Ich hab dir die Rauchgranate in die Fresse geboren. Nice. Noch einer hinten lang und einer ist am Pelowürstchen dort. Oder rechts oben da. In der Ecke. Pelowürstchen, ey, mich abgerade. Oh, Pelowürstchen! Der ist schon immer so am Spawnhaus. In Info ist einer. Der musste immer noch drin sein. Nur da rausgekommen sein da. Gut gemacht, Ghosts. Bereit machen wir die nächste Hunde. Das sag ich jetzt immer, wie ich sterbe, Junge, Alter. Oh je. Du musst aber noch so dumm reden. Ich glaube, beim zweiten Mal würde ich mich jetzt aufregen. Versuchen und zerstören. Das Ziel verteidigen. Ach schein, ich glaube ich noch Weizen. Nein. Immer noch zwei Rauchen. Bis auf A hab ich keinen gesehen. Bis jetzt. Jakob ist immer Offensive oder was? Okay, dann geh ich mal zurück. Ich hab jetzt auch weitere Magazine mit. Jetzt kann ich schön... Oder... Extramex. Ja, ich kann jetzt immer schön durch den Spot sprayen. Könnte sein, dass sie campen. Boah, in der Mitte zwei. Einer hinter B-Spot. Einer in der Mitte. In der Mitte hab ich einen. Wo war der beim B-Spot? Den hab ich nicht gesehen. B-Spot hinter B-Spot irgendwo. Der liegt zu Blended. Der kommt vor. Sauber. Ja. Max hat ihn... Oh, noch B-Spot eine. Geht vor. Geht fegel bis hin. Nice. Wow. Hörst du mit der Cobra rauben oder was? Ja. Zu unsichtbar manchmal. Die scheiß Tarnung. Ja, wie? Ja, wie gestern, ne? Ja, ne vorgestern, ne? Ja, ne vorgestern, ne? Vorgestern, ne? Die ist echt unsichtbar. Ich dachte, du spielst keine Dubs. Naja, spiel ich auch nicht. Das B-Zerstörens. Morgen spiel ich aber ne Mondbrot. Nächstes dann. Vorne auch nicht. Nice. Der war schon hier vorne. Warum wirfst du denn nur die raus so komisch? Kann ich gar nichts mehr sehen. Ja, weil wegen 3 gegen 3, weil normalerweise gar nicht stehen. Küche, Küche. Und? Der letzte ist hinten ein A-Spot. Bei mir hinten. Könnte ein A-Spot wieder reingegangen sein. Ja. Gut gemacht, Ghosts. Bereit machen für die nächste Runde. Ich weiß nicht. Ja. Ja. Hauptsache Goldzahnung. Zweiten Wechsel. Hat er oder was? Oder Frank? Wahrscheinlich. Frank. Ich seh eigentlich Franky. 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 Ja, dann camp ich mal auch rum. Hier, ne? Jacob, ich guck mal links ums Eck hier, ne? Bei dir. Oh, mein Aim schwankt noch leicht. Irgendwie sag ich das an jedem CW. Jacob, einer ist da links bei der Stiege. Treppe. Treppe! B-Haus, Spawn-Haus. Na, Mann, Spawn-Haus B. Info oder wat? Spawn-Haus B. Ja, das ist Info da unten. Das ist ein Spawn-Haus B. Sorry, Jacob. Ja, kein Problem. Spawn-Haus. Nein. Einfach nur wild schießen. Zeitenwechsel. Normal auf B, ne? Klappt das so gut. Suchen und zerstören. Das Ziel zerstören. Bombe erlangt. Gestunt, Dino. Gestunt vorne, B-Spot. Oh. Da auch was gestunt. Hinten ist einer. Ach du Scheiße. Hinten kommt einer lang. Stolge-Fählenleben. Sind noch 3 am Leben? Ne, 2. 2 Gegner. Kann man da auch links so drüber gucken? Timo? Noch eine. He du! Da will ich niemals so, wo lang? Was? Kannst du auf B-Spot halt gucken, runter. Einen Gang kannst du nicht reinkommen. Okay. Halbzeit. Noch eine Runde. Das klappt da, oder? Das flutscht da. Das Ziel verteidigen. Meinst du, die kommen jetzt offensiv? Im A-Spot habe ich keinen gesehen, ne? 2 Stück unten drin. Ich komme runter zum B-Spot. Flasch, wo soll ich mich auch? Ich habe einen gestunt, der hat Taktik-Wings drin. Angehittert und B-Spot. Ja, du hast mich angehittert. Wahrscheinlich. Der Night. Guck mal deine Granate oben, du Schenze. Die Zeit wird knapp. Wo ist denn der? Der ganze knapp Spawn stattholt ist. Sehr schön. Drück ihm fast noch. Turn-off. Oh, der böse Vorsicht. Jetzt kommt der Schritt. Super. Gut gemacht. Rettet euch sein, dass ihr da seid. Timo wollte ich jetzt aimen und wollte er nicht. Wahrscheinlich! Föderation. Äh, 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 äh. Äh. Äh, äh. Ist halt immer ganz geil für die YouTube-Zuschauer, wenn die die falschen Regeln haben, weil dann dürfen sie erstmal eine Minute. Ach so, oder? Ach so, ne? Fünf verwirrt. Ja, die muss jetzt erstmal hier noch 52, 51, 50, 49 Sekunden zuhören, was du hier für scheiße labern musst. Ja eben. Grüß Gott. Also, hallo und herzlich willkommen bei, ähm, Aarons Tier 14 TV. Ah, warte, 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 warte. Jetzt, jetzt, jetzt ist es vorbei. Jetzt bist du eine von den Rimsharks. Ja, hey. Ramport als Schüler, die Garten. Oh, nimm das zurück! Du Franzose, Alter. Alter, das ist aber schlimmer hier. Was ist da los? Warte mal, was machst du denn du jetzt hier, Jakob, für ne Posi? Hast du ihn hier drin, oder was? Ne, mach du ruhig, ich geh zu dir. Warte mal, was machst du denn du jetzt hier, Jakob, für ne Posi? Ich bin geflasht. Wo bist du denn? Ich bin geflasht. Neben dem Blech. Ich bin fast tot. Rechts außen am Zug. Down, down. Allo, down, ey. Zauber. Wahrscheinlich. Ich bin auch unterwegs. Ich soll dich decken, Klero. Du, du bewegst dich. Ich, ich beweg mich. Scheiße, ich beweg mich. Hat sie gesagt. Cover me, ein Moment. Tor! Keller, 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 Keller. Wer verhandt die Kranate? Wer verhandt die Kranate? Dann. Wo wollte er eigentlich hin, würde ich? Ich wollte es gerade ansagen, aber ich wusste nicht, was ich sagen soll. Der läuft weg, oder? Keine Ahnung. Der läuft irgendwie weg. Am besten das so. Jungs, Rückzug, Bega, nicht kommunizieren. Warte mal ganz kurz. Oh, irgendwas klingelt da. Ey, warte mal ganz kurz. Ja genau. Einmal auf den Start. Nein. Ach, Sache. Ich bin nicht mit dir. Pushen, oder? Ja, ne? Ja, bei den Gegenden. Das klingt wie das Abwerten. Ich weiß. Oh, ich bin vollstunnt. Hier sind irgendwie Paper drinnen, ne? Max Prozy irgendwie. Ne, da ist niemand. Aber ich wurde auch gestunt. Jeder da. Oben auf den Rohren ist ein Schützel. Ja, oh, der war über mich. Der läuft Paper. Max Prozy ist jetzt. Max Prozy? Ah, der hat mich. Bin ich schon jetzt? Oben. Da ist es. Oben. Da ist es. Einer noch. Ach, schade. Wir haben die Runde verloren, aber nicht in den Kampf. Doch in den Kampf. Nein. Nein, liegt da. Naaah. Naaah. Sie verstehen nicht, wie man... Ich weiß noch nicht, wieso du mit der Bombe da reingerannt bist, da oben. Das war grad ein bisschen komisch. Weil ich den einen ja... Ich hab den da oben mal herausgeplogen. Dann war der... Dann hast du gesagt Rohre. Dann stand der plötzlich... Weil einer Rohre geschrieben hat. Rohre. Ich laufe wieder zurück. Irgendwas rutscht im Keller. Ich guck Keller direkt. Ja, und ich raus. Komm aus dem Keller. Ah, eine nur. Ja, mehrere, mehrere. Oh mein Gott. Zwei Stück. Die Bombe wurde platziert. Wie er rumleckt. Krass. Jo. LOL. Der leckt richtig krass, der eine Typ da. Ich hab's nur so gesehen. Bei Jakob... Ne, Jakob. Ich hab erst mal deswegen... Am Marsch. Ich hab deswegen erst mal ein Timo angeschossen, weil der Typ nur durchgeleckt ist. Nein. Hahaha. Ja, ich wollte eigentlich auch mit zulaufen. Mit dem Messer am Platz. Jetzt steht da zwei Meter weiter links. Ui. Ja, wir haben eine Runde gewonnen. Suchen und zerstören. LOL. Dann geh ich jetzt direkt. Das Ziel zerstören. Ich guck Rohre und Stun nach unten, also in diesen Flüshingang da, dass die da nicht rauskommen können. Oh, ins Gebäude. Oh, ins Gebäude. Rohre oben. Ich bin mit Garner. Der Markkurs ist auch einer. Er hat das Tor zugemacht, der Typ. Oh, ins Gebäude. Erste, ich glaube. Na, es war so ein Punkt, hey, Popper. Und meine Posey oben. Ja, den hab ich. Na, der andere ist Marks Posey auf der Verteidigerseite. Thor ist auf. Nein. Das ist so eine Feige. Hallo. Hahaha. Fissimor und spielend jetzt. Was ist schon lustig? Obst du wirklich richtig stehst, siehst du, wie du dich dann gehst. Suchen und zerstören. Oh Gott. Das Ziel verteidigen. Ja, klaro, dann willst du mal gleich aufs Tor gehen und da geh ich Paper hoch. Was? Paper? Ich bin Paper. Ja, ich hätt's gedacht, dass du gleich mal da unten kommen gehst. Nein. Nein. Die machen das Tor zu unten gerade oder hinten bleibt bei sich, glaube ich. So weit hörst du das oder was? Ja, es klang, es klang. Kelle, 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 Kelle. Jawoll. Sauber. Die haben sich gerade selber geneift, ne? Ja, weil der ist Tor machen wollte. Die Zeit wird knapp. Ich bin mal nach unten. Na, ich gucke rein dann, ne? Liegen beide da. Frankie brinkst der Weizen. Ah, er hat gechallenged. Ich hab durchgesprayt, aber die haben auch noch hochgeschossen da. Bin ich bad, Alter. Gang zwei Mann. Oh, jetzt wird's knapp. Die sind alle im Keller. Ah, der hat mich auch. Oh Gott, bin ich bad. Der liegt da. Oh Gott. Shit, das war mal gefehlt, oder? Ich hab' ihn überhaupt nicht gesehen, ey. Hauptsache, die wollen halt aber gar gut schaffen, sie auch noch, wie sie so schlecht ist. Girl, es gibt sie. Ist das diese Map? Die Verleiter. Ich geh mal oben nicht ins Haus, ich geh auch mal durch den Felder. Na, da kommt die ganze Zeit immer einer langen, der hinterläuft. Von hinten? Oh nein, ich klettere. Ich klettere. Fuck. Ziel erledigt. Loller waren zwei. Die Bombe wurde platziert. Keller war da hinten. Was ist los? Was ist los? Kopf, der die rote Rübe raus. Runde. Ich weiß nicht, diese Sticks sind so kacke bei der PS4. Du musst dich dran gewöhnen. Seite wechseln. Warte, du machst die FPS-Dinge dran. Suchen und zerstören. Kennst du die? Mhm. Die machen die Sticks länger. Das Ziel verteidigen. Ne, die Form ist so komisch, die mag ich nicht. Jetzt hab ich wirklich Angst, dass die nochmal durch den Keller kommen. Ah, ich lag grad übel rum. Der pusht, Jakob pusht. Keller gucken. Einer ist im Keller drin. Ja, gestunnt vorne am Tor schon. Ja, irgendwie schießt der durch den Rauch. Bin hier aber elegant angelehnt. Brust der grad durch hier. Das machen die nur Tinkels, oder was die ganze Zeit? Weiß ich nicht. Zwei Leute noch übrig, ne? Ja, die sind beide da drin. Unten. Wie kann man denn den Keller hier am besten verteidigen? Von da, wo ich bin. Oh. Hallo? Immer noch unten. Ja, der kommt vor hier. Angehittet. Ich bin gefloppt. Oha! Oha! Kriegst du es hin? Oha! Ausgesagt. Ich hab dir mit den Eid angehittet. Na, Monster Charm. Seitenwechsel. Nochmal auf A, oder was? Suchen und zerstören. Klappt der irgendwie. Das ist ein Pippi. Das Ziel zerstören. Bombe erlangt. Oha ist kaputt. Ja, ich hab uns das halt hier zugemacht. Mit dem Ausgang. Ah, der ist runtergefallen. Kommt der wirklich raus da, ey. Ich steh hinten. Nein, der ist schon weg. Ah, der ist weg. Rell meldet sich erstmal ab. Seine KT. Du musst verstehen. Du hast noch T-Boom gebratzt da. Xbox, sign out. Pression erfolgreich. Das war ein guter Tag. Super. Super. Gegen LD&D. vorbei. Du schenkst. Fu суп. geraudet. Bis zum nächsten Mal.